Willkommen zu den Olympia-News. Wie lang ist der Weg zu Gold? Genau sieben Meter. Je länger diese Spiele dauern, desto besser werden sie für uns. Malaika Mihambo ist Olympiasiegerin im Weitsprung. Und machte es dabei richtig spannend. Im sechsten und letzten Versuch sprang sie auf exakt sieben Meter und schob sich damit von Platz drei auf Platz eins. Dafür hat sie aber auch hart trainiert. Unter anderem an dieser Maschine. Da kriegst du schon beim Zuschauen Muskeln. Aber sie hat auch andere Talente auf der Tartan-Bahn. Zum Beispiel Traktor fahren. Also das Entertainer-Gen ist bei ihr definitiv vorhanden. Ihr Vater ist aus Sansibar, ihre Mutter aus Deutschland. Malaika ist übrigens Suaheli und bedeutet Engel. Ein echter Goldengel. Es gibt aber auch die tragischen Helden hier bei Olympia. Zum Beispiel die US-amerikanische Stabhochspringerin Sandy Norris. Sie war eine der großen Favoritinnen auf die Goldmedaille. Aber bei einem Probeversuch brach ihr Stab und sie stürzte auf die vordere Kante der Matte. Danach probierte sie es tapfer weiter, aber es ging nichts mehr und unter Tränen gab sie auf. Bei Instagram erklärte sie, dass sie sich bei dem Sturz an der Hüfte verletzt hätte und bedankt sich für die Unterstützung. Auch die Norwegerin Amalie Hammelt-Juell hatte sich Olympia anders vorgestellt. Sie löste beim Halbfinale über die 400 Meter Hürden einen Fehlstart aus. Kurioserweise wurde sie aber nicht disqualifiziert. Der Wettkampfrichter hatte wohl Mitleid. Sie durfte starten, ging dann aber als letzte ins Ziel. In diesen Momenten könnte man sagen, dabei sein ist alles, wenn das stimmen würde. Unsere Basketballer sind raus. Im Viertelfinale gab es gegen Slowenien eine 70 zu 94 Klatsche. Der nächste Weltrekord bei Olympia purzelt. Der Norweger Carsten Warholm läuft die 400 Meter Hürden in 45,94 Sekunden und holt sich Gold. Glückwunsch! Am 25. August starten hier in Tokio übrigens die Paralympics und einer unserer größten Stars, Nico Kappel. Unser Kugelstoß-Champion ist schon hart am Schuften für die Paralympics. Hier stemmt er mal eben 260 Kilo. Und auch der Stoß sieht schon sehr nice aus. Da steigt die Vorfreude. Das war's von den Olympia News. Morgen sind wir wieder da aus Tokio. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bis dann und tschüss! Das war's! Herrn Kuhl 말이